Die Metallverarbeitung Wolfgang Mayer produziert seit über 50 Jahren Artikel für die Lederwarenindustrie in der ganzen Welt. Die Produktpalette beinhaltet Metallbügel für Handtaschen und Geldbörsen, Zierleisten, Plaketten, Logos und mehr. Unsere Artikel werden aus hochwertigem Material in Deutschland hergestellt. Jahrzehntelange Erfahrungen garantieren gleichbleibend hohe Qualität. Besuchen Sie uns im Internet oder kommen Sie auf einer der zahlreichen Messen vorbei. Wolfgang Mayer Metallverarbeitung aus Geiselbach